NIDEC setzt Freiwillige ein, also einerseits Ehrenämter, wie ich gemeint, Rat, Synodale, aber auch an Mittagstisch, also sei es Mittagstisch für Senioren, Tamilen Mittagstisch. Junge Freiwillige helfen auch bei Kinderlager oder bei Wochenenden. Das Mitteralter, denke ich, ist bei diesen Mittagstischen, mit tabilen Mittagessen. Senioren hat es auch, die andere Leute besuchen. Motiv, denke ich, ist, ja, von einfach gern jemandem etwas liebt und du bist zu einem christlichen Engagement, ist alles vorhanden. Ich denke, das läuft mehrheitlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, wenn jemand jemand kennt, also zum Beispiel die, die in den Gottesdiensten helfen, werden häufig, also, fairer ansprechen. Die Jugendlichen, denke ich, sind mal an einem tollen Wochenende gewesen und denken, das will die Menschen auch einsetzen.